Erste Bekan, das wird nun weiter hier zu füllen, die Wendung hinfahren und den zweiten Wadder anhängen. Hier rechts ist unsere Kettering. Wir nehmen es optisch sehr groß auf oder halten es an beiden Wände. Hier ist die Kielung. Die Kielung, die sind eigentlich nur dauernd Mühlenfahleräuser. Die Mühlenfahleräuser. Hier sehe ich zum Beispiel einen Kuh. Oder das. Ich habe noch einen Fernseher gesehen. Hier habe ich mich fest. Die Mühlenfahleräuser. Die Mühlenfahleräuser. Das Fett der Milch ist ja das Wettwertvollste. Wenn die Kuhn das Verkaufen voll, also die Kälfte, könnte die Kälber ja das beste hier nicht fliegen. Die Kälfte ist ein Versatz. Eigentlich als 20er Wadder. Einfach nur ein paar Wadder. Aber als Fettansatz. Und dann steht die Mühlenfahleräuser. Das ist völlig so, was wir haben. Wir haben früher. Man putzen, wo einige auch von den Kälbermessen gehen. Weil die Preise steifern wollen. Und dann heißt es nicht, dass die Kälber nur Milchgesamtsprinzip sind. Weil sobald wir auch unter Fressen suchen. Das ist ein bisschen Gras oder Kälber. Oder dieses Zoll. Das ist so. Das Fleisch. So würde dann praktisch hoch werden. Und Eisen kommt durch eine Haufe da rein. Eisen wird der Kälber. Kälber drüben. Ich guck da wäre ganz grün. Aber wenn sie sind halt hoch. Eisen. So. Und das. Kurs. Kurs generieren wir. Die machen das Duell. Veränderung. 38. Wir nehmen jetzt wirklich zwei Fahrzeuge. Aber 14,8 Meter. Vorgewandeln. 2. Weich. Die generieren wir einen Kurs. Das dauert mal los. So. Zurück. Der darf links beginnen. Ja. 2 Meter zurück. Und da ist noch so ein Platz. Aber. Du kannst bleiben. Den Kurs können wir jetzt speichern. Oder auch nicht. Das ist noch mal los. Geht schweichen hier. Die Fährten. Das war. Das war. Der war. Der war. Der war. Der war hier. 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 Es könnte sein, dass ich es vergessen habe, dass ich es nicht weiß, was ich dann gemacht habe, ist gut möglich, aber da kann man jederzeit neu den Kurs reichern lassen, das kein Problem. Ja, ich konnte eigentlich beide, dass wir Völkchen nehmen, aber das haben wir noch gut, natürlich. Früher haben wir Futter genug, das ist ein freier Fahrzeug. Das Thema holokopieren, das heißt, wir sind noch groß, das Wasser hier in der Seite, das ist noch nicht. Ich habe Kuhn mit mir so zu tun, dass wir gerade in der Fahrt fahren und die Wetteranzeige sind scheinbar, ob es ein Witzlenker gibt. Das ist hier ein Fähler, das ist ein Wetter. So, den. Hier, das haben wir jetzt noch auf rechts. Echt reichern gemacht, das ist gut. Ich wollte das einfach so sehen, dass wir in der Stelle arbeiten. So, hier ist die Frage, dass wir, äh, oder ist der schon? Weichen nicht voraus, das ist keine Frage, ne? Dann nehmen wir gleich, äh, Aktion, also der Rote wird dann, äh, von Rot fahren, mit grünem Bein, und gleich an der, äh, von Rot ist eine sie, von Rot kann man sich merken. So. Das ist eine dritte Rote, Ähnliche. Da sind die grünem Bein, die sind gleich in der Landkabreie, damit, die sind die, die sind die ganze Zeit. Wir haben hier in der Welt und das sind die, die, die sind die Körn im Bein. So, hier machen wir das gleiche, das ist hier raus. So, ist mir das mir egal. Wir müssen hier halt wirklich aus der rechten Seite. Rechts. Rechts, rechts und rechts. Nehmen wir den grünen. Den brauchen wir auch später. Ich werde immer noch einen Kurs ergänzen, wenn ich den abfahren hätte. Das ist ja auch schon gespeichert. Nehmen wir den anderen Fluminiker. Wir haben den oben gekauft. Wollte erst fertig annehmen, aber leider haben wir die Falten ausgespielt. Wir haben den Fluminiker. Am nächsten Mal gelbe. Wir sind hier drauf. Da müssen wir eigentlich ein Mikro anhängen, da die Tür verpasst wird. das machen wir mit der anderen auch gleich automatisch hoch und land ab und kommt hier zurück das war das problem, er hat ja von sich mit dem Weg gemessen oder der selber hier ist dabei Man merkt ja in vielen Sachen, wenn man neben links die Eingebahn saß durch Indötschen, also hat ein paar Viertel und das ist das Problem für Arme zuerst durch. Da ist das Problem, der fährt aktuell noch zu sehr in der Bahn heran. Da hat sich auch nicht die Maumite, wenn wir nach oben haben. Wir haben alle gesetzt. Das ist die erste Bahn, denken wir nicht, was ich mag jetzt. Aber gut, dass wir Kontrolle gemacht haben. Den hätten wir jetzt ein Problem. Da haben wir hier nicht genügend. Das ist ja nicht zu wenig. Da können wir natürlich die Eingebahn über den Weg legen. Das Fahrzeug ist ja fertig. Es scheint so. Alles gedüngt. Dann gehen wir kurz rein. gut hier haben nicht gedüngt deswegen weil am ersten mal da nicht gedüngt wurde warum weiß ich auch nicht das weiß ich nicht aber das wird auch nicht unbedingt hier sehe ich gerade sehr herab vielleicht müssen wir noch bringen das können wir vielleicht nicht mehr mal probieren da muss man zugehören ja jetzt kriegen wir einen durch wir treiben das gleiche nach mir ja na klar dann ist der Helga ja und der ist mit der anderen noch eine Runde das Feld ich weiß nicht so nachts hier ich blüht hier ja da ist wirklich vielleicht können wir noch ein Feld kaufen wenn wir die Geld haben äh bestimmt noch rum ja 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 das ist ja 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 Super bisschen am Bauch. Richtung hoch. Plus mit 5. Eigentlich größt. Das kann man nicht machen. Die Wiese muss hier nicht machen. Das kann man nicht machen. Nur einer nach dem anderen. Wird man da Wack zu viel. Gas gesammelt. Dann wird man nicht mehr. Wir mussten gleich gleich auf. Wir werden einmal Mist in den Gülle rein fahren. Das können wir gleich mit vorne machen. Die haben wir nicht. Das Problem ist kurz. Man muss ein Wege fehlt. Man muss ein bisschen groß gehen. Man kann die Takte auch nicht. Ich kann den Doppel nehmen. Der ist immer hoch, ja. Es ist zum wirklich loslegen. Den Packer ist in der Taunung. Der muss nicht mehr in voran sein. Die Kälte machen zu wenig Mist. Die Kälte machen zu wenig Mist. Auch von LKW. Überall diese Streifen. Da ist noch Gras. Wo ist der LKW? Die Kälte machen zu wenig Kälte. Man kann noch mehrere Sachen einfüllen, also nicht nur beziehen. Wo ist die überhaupt? Wo ist die LKW? Boah, ich bin geparkt. Holz! Hallo! Komm auf den Kopf! Die Gewehr kommt auf den Kopf rein. Komm gleich auf den Kopf rein. Komm auf den Kopf rein. Komm auf den Kopf rein. Kommt auf den Kopf rein, bitte. Passant nach den Kopf ab. Wie soll das auf hier gehen? Kommt auf den Kopf rein, bitte. Ich hoffe, dass die Gewehr ist. Kommt auf die Poth mit. Der war in der Karstung. Der war jetzt schon in der Karstung. Es war jetzt so, dass wir jetzt hier sind. Man könnte mir das alles klar sagen, dass das hier ist. Die Karstung hat dann hier schon von der Karstung. Und der war jetzt hier nicht so. Es ist ehrlich gesagt. Aber da war jetzt schon so. Die Karstung hat sich in der Karstung. Aber da war jetzt schon so. ja schau ich dachte könnte es nicht gewähren nutzen aber das geht wohl nicht er hat neues gemacht so muss das kauf noch nicht ganz reichen aber wir kommen da dicht an was können wir den mist die mist können wir jetzt auch zu bgh das soll es schon Hallo! Tschüss mit! Ha! Guten Tschüss!